Als Kind habe ich schon immer viel in der Natur gespielt. Ich brauche die Landschaft für meine Kunst. Ihre unterschiedlichen Formen inspirieren mich. Mein Heimatort gibt mir die nötige Energie für mein Schaffen. Steine, Wasser, die Veränderung der Landschaften in den Jahreszeiten. Das liebe ich. Ich brauche die Landschaften in den Jahreszeiten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020